Willkommen zurück! Eine neue Folge Songs of Six. Ich hab kurz Pause gemacht, aber gut, das hat euch ja weniger... Na, was heißt zu interessieren, aber, ne? Wird euch weniger stören als mich. So, wir haben noch 20 Obdachlose gerade. Da sehen wir auch das Hauptproblem immer noch hier. Und hier haben wir sogar schon die ganzen Wohnungen gebaut. Schwierig. Schwierig, schwierig. Naja, das würde ich hier schon nicht mehr rausreißen. Ah, ganz ehrlich, diesen Holzfäller würde ich auch irgendwann gerne mal wieder weg haben. Aber jetzt haben wir natürlich hier einen relativ großen Bereich erstmal fertig gebaut. Ist denn mittlerweile dieses Ding fertig? Immer noch nicht. Jetzt! They call it a labor. They call it a labor. Mit das Ding. Ähm. Ich müsste hier auch nochmal Wohnungen setzen. Ich glaube, hier wird es langsam auch kritischer. Adliger gestorben! Oh Gott, was? Ein Universitätsdirektor ist von uns gegangen. Was war der hier, ne? Wer war denn das? Sieht man das hier auf dem Rietro? Äh. Okay, gut. Wir brauchen einen neuen Universitätsdirektor. Oh, sogar 77. Ja, wunderbar. Komm, dann wirst du Universitätsdirektor. Äh. Universitätsdirektor. Ein neuer Tilapie. Schön, schön. Schön. So, essen sollte noch reichen. Was habe ich denn hier umgebaut eigentlich? Na gut, den Hausmeister. Ja, das ist okay. So, der darf sich dann hier hinten ein bisschen verdingen. Ja, der kommt auch hier unten überall hin. Perfekt. So soll es sein. Der wird doch nicht allzu viel Arbeit haben. So, jetzt haben wir sogar 32. Oh. Das geht sogar noch los. Wo sind denn jetzt hier die ganzen... Ah, ja, sage ich ja. Hier fehlt es. Weber. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Ja, okay. Dann machen wir den. Und knallen hier nochmal ein paar Wohnungen hin. Das ist natürlich auch Quatsch, weil irgendwann wird das halt hier vergrößert, das Labor. Aber gut, für den Anfang, ne? Soll das ja erstmal ausreichen. So, das sind nochmal sieben. Zwölf mal sieben sind... Ah, Nasejog 84. Sollten wir ein paar runterbekommen. Dann sollte das hier auch hoffentlich wieder so langsam gen 0 runtergehen. Insgesamte Zufriedenheit Bombe. Ich bin sehr, sehr begeistert. So, gibt es irgendetwas, was die Menschen noch wollen? Warte mal, wir können es anders machen. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht gebaut habe? Also eine Schmiede fehlt. Ja, das ist das Hauptproblem, dass wir wirklich Metall irgendwann machen müssen. Die Mechanics brauchen Metall. Und ein Juwelier. Hahaha. Gucken wir mal. Die Brauerei. Ja. Das machen wir als allererstes. Was ist das denn eigentlich? Ach, Tuchsmus. Ja, stimmt. Äh, Brauerei. Hier. Brew Recruit. Ja. Uh. Ich sehe, dass tatsächlich das Getreide runtergeht. Das ist ja verrückt. So, Brauerei braucht. Tontöpfe. Getreide und Kohle. Oder Obst. Würde auch gehen. Okay. Dann machen wir die Brauerei hier hin. Ich weiß nicht, ob die so riesig sein muss. Wir können sie erstmal ein Stück kleiner machen. Boah, das ist schon wieder so massiv groß. Die ganzen Kessel mal hinten hin. So, hier vorne kommt auf jeden Fall ein Lager. Und ein bisschen Hilfskessel. Wo brauche ich denn noch 24? So, das würde gehen. Dann hätten wir 100%. Ich würde es erstmal so testen. Achso, einen Eingang brauchen wir natürlich noch. Ich würde es erstmal so testen. Da keine Erfahrungswerte, was das betrifft. Äh... Oh, packen wir das rein. Wir packen es mal hier rein. Wir machen mal... Wir machen 8. Ist okay. Weil dann können wir die Tavernen nämlich hier auch anschmeißen. Und die bringt dann auch nochmal Zufriedenheit. Glaube ich zumindest. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ich würde wahrscheinlich sogar auf Obst gehen. Vielleicht machen wir nochmal eine Obstplantage. Da brauche ich halt nur einen... Oh, oh, oh mein Gott. Stopp. Einen guten Spot, sagte er. Und findet ihn. Das müsste doch eine 70 werden, oder? 72. Superb. 70. 71 ist aber auch noch okay. Mit dem dazu komme ich auf eine 71. Was bist du denn eigentlich im Klo? 70. Ich bin fast dafür, dass wir das machen. Here we go. So, dann bauen wir gleich nochmal neue Wohnhäuser daneben. Zack. Zack. Alter, wir einfach nur am Wohnhäuser kloppen. Bisschen in diesem Spiel. Wahnsinn. Aber cool. Also wie gesagt, dass man hier halt so eine exorbitante Anzahl an Menschen irgendwie unterhalten kann. Ist schon, ist schon cool. Äh, what, what? Green, red. Okay, die beschweren sich über irgendwas. Deswegen kommen gerade keine neuen. So, wir haben noch 25 Arbeiter. Das wird langsam dann wieder eng. Wir haben uns nochmal 36. Tilapia. Obdachlosenanzweig geht stark nach unten. Das kann eigentlich nur an den Wohnhäusern hier liegen. Da ist immer noch gelb. Aber die Häuschen kommen ja jetzt nach und nach. Also zwei Wohnungen sind gerade noch fertig. Alter, Metall und Dings geht einfach nicht hoch. Ich meine, gut, die Töpfer waren die zweite Produktion. Die ist ja jetzt gerade erst mal fertig. Ich würde hier auf 40 hochgehen. Oder auf 35. Ja, 97 und 100 ist perfekt. Jetzt müsste das hier... Es ist immer auch komplett randvoll. Es ist so massiv. So, apropos massiv. Ach, immer noch nicht fertig. Mann, ihr seid so... Können wir das abreißen, bitte? Wieso kann ich das nicht rückgängig machen? Das ist ja scheiße. Jedes andere Gebäude, wenn ich da raufklicke, kann ich zurücksetzen. Aber die Gemächer kann ich nicht abbauen. Was ist der da? Kacke. So, hier sind wir bestimmt auch Obdachlose, ne? Ja. Ah, es hilft nichts. Ich muss hier auch nochmal Häuser setzen. Ja, perfekt. Dann haben wir hier nochmal ein paar Häuschen gebaut. Kann man beliebig nochmal erweitern. Kann man erstmal offen lassen, würde ich sagen. So, die Brauerei steht, meine Damen und Herren. Oh, warte mal. Ich kann das verbessern. Ah, ich brauche Refind. Ärgerlich. Ähm, und ich würde tatsächlich gerne umswitchen auf Obst. 48. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da macht ja fast Getreide wirklich mehr Sinn. Rein, nicht abbrechen. Ähm. Oh, ich produziere 5300 Getreide. 6,6. Okay, dann gehen wir in der Brauerei doch lieber auf. Auf Getreide. Es war letztes Jahr, glaube ich, auch Dürre. Das war, äh, vor der Folge hier. Kam, glaube ich, äh, die Dürre-Nachricht. Quatsch. Wo bin ich denn? Hier kann ich ja keine Einsch... Achso, weil ich's zugemacht hab, oder? Nee. Ist er jetzt aktiviert? Ja, jetzt ist er aktiviert. Oh, ich hab nur sieben Arbeiter frei. So, jetzt müsste ich ja hoffentlich... Wo ist denn der Alkohol hin? Konsumiert zwei. Aber von wem denn? Ich hab nur noch vier freie Arbeiter. Alter, die... Oh, oh. Oh, oh. Irgendwas ist... Nee. Alles ist gut. Weil's grad massiv nach unten geht. Ich weiß aber nicht, warum. Zugang geht richtig runter. Essenspräferenz und Essenstage. Hm. Die Brauerei läuft irgendwie gar nicht. Bei vier Prozent ist ja wirklich... gar nichts. Ja, ich lass das mal ein bisschen durchlaufen. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwo was. Äh, kann ich hier bitte mal neu besehen auf Getreide? Wobei, wir lassen das und bauen noch ein extra Getreidefeld. Und zwar auch nochmal hier so ein fettes. 67 Prozent nur. 66 Prozent. Ich mein, die sind auch noch okay. 68 Prozent. Ja, komm, machen wir. I need Getreide. I need so much Getreide. So, wo sind noch Obdachlose? Ja, immer noch hier im Labor. Ja, immer noch hier im Labor. Hm. Ist die Krypta eigentlich fertig? Nee. Oh, die musste noch aufgebaut werden. Sehr gut. Krypta ist gleich durch. So, jetzt geht hier alles so ein bisschen nach oben. Leistung, ja, ich muss die Brauerei erweitern. Ganz massiv. Oh, die Krypta steht. Gut, das wird auch nochmal richtig Zufriedenheit bringen, glaube ich. Ja, guck mal hier, Religion. Alter, und hoch. Oh, mein Gott. Das ist doch mal jetzt ein famoser Anstieg. Sehr, sehr gut. Dienstleistungen gehen extrem runter. Boah, wo hatten wir eine Kantine, Alter. Ah, wo hatten wir eine Kantine? Da ist einer. Da ist einer. Da ist der Zweite. Okay, dann werden wir hier eine Kantine bauen. Und zwar knallen wir die, würde ich sagen, hier hin. Ja, die kann auch ruhig groß sein. Ah, eins weiter noch. So, und jetzt Tischer. So, Platz für 90 Leute. So wenig. Oh, famos viele Kochstellen. Soll das mal anders. Oh. Das ist verkehrt. Warte mal, wir machen erstmal... Ja, es wird gleich noch abgerissen, sorry. Sind das Etagen? Ne, das sind mehrfamilie Häuser. So, dann machen wir hier mal so einen Schlussstrich. Also erstmal. Zack. Das bleibt offen. Weil, da werde ich jetzt... ...etwas anders bauen. Und zwar, wir machen hier so einen Gastraum. Und hier kommt einfach nur Kochstellen hin. 270. Das ist aber noch so wenig. Ha ha ha. Es ist so wenig. rein. Alter, wie groß muss denn das sein? Alter, es ist so massiv. Es ist einfach so massiv. Ah. Äh, warum geht das nicht einzeln? Oh, nee. Oh, nee. 120. Ach, das ist so scheiße, dass es nicht so geht. Ich meine, klar, ich kann das jetzt hier einfach nochmal um eins erweitern. Wann ist da ein zu viel? So, und jetzt kann ich hier unten den mir auch nochmal eine Reihe setzen. So, dann kommen wir jetzt auf eine 204 und hätte 100% Tischer. 100% Tischer. Jetzt wäre es zu wenig. Alter, 1200, 400 Metall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das heavy. Okay. Scheiß drauf. Ich muss es setzen. Ich meine, das Gute ist, dass hier gleich das Essen in der Nähe ist. Ähm. Essen sind Tage, Essen ist Ration. Ne, wo waren das hier? Dienstleistungen. Badehäuser werden auch immens gebraucht noch. Oh. Was ist denn da? Ja, weiterhaus. Da ist auch kleinere Becken. Tourists. Our city is now impressive enough to attract tourists. We should build an inn in order to accept them. Tourists are a good source of income. Oh. Very nice. Ach, jetzt verstehe ich es. Ja, okay. Ich kann das gar nicht anders setzen. Äh, wenn ich die Sitzbänke nicht bauen. Ach Gott, die müssen so sein. So, und dann Becken. Ja, das geht jetzt leider nur noch eine Nummer kleiner. 26. Ich habe keine Ahnung, ob das ausreicht. Ich baue es einfach. Ich baue es. Oh. Eine Ecke fehlen. Eine Ecke fehlen. Man sieht es halt wirklich super schlecht, ne? Warum habe ich hier einmal Dirtweg? Ich glaube, jetzt müsste ich alles wieder umgewandelt haben. Von Dirt in... Stein. Stein. Ich müsste eigentlich generell mal hier alles in Stein jetzt langsam umwandeln. Auch hier die ganze Ecke. Ich glaube, irgendwann lässt sich das Ganze auch nicht mehr vermeiden. So, ja. Wir müssen unbedingt Holz farmen. Wir müssen... Ach, Metall. Wir haben 130 Metalle. Super. Was kostet mich hier das Upgrade? Ach so, ja. Da bauen wir jetzt ja schon. Stimmt. Ja. Maschinen. Das geht nicht mehr. Ja. Ja. Hochschule. Höflich auch nicht. Ich meinte... Äh, ich meinte. Ich meine, die Edelsteinmine können wir nochmal verbessern. So, Tilapi sind jetzt auch unzufrieden. Haben auch keine neuen mehr rein. Wie sieht es denn eigentlich hier unten endlich mal aus? Oh, ein weiteres Gebäude. Ich kann einen weiteren Adelstitel vergeben. Adel, Adel, Adel. So. Wen haben wir hier? 43. Adelibia, Talga. Sind alles sehr alt. 86. Ich meine, ich habe sehr, sehr viele, die jetzt hier auf dem 75er Niveau sind. So, was machen wir? Wenn ich sehe, dass unser Essen gerade so massiv runter geht, bin ich fast dafür, den Nutztiermeister zu machen. Machen wir auch. Wir haben gerade echt... Boah, was? 4.000. Gut, wir hatten letztes Jahr auch eine beschissene Ernte. Muss man dazu sagen. Wegen der Dürre. Aber trotzdem. Wir brauchen unbedingt mehr. 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 Und das Problem ist, ich rauche allein für diese Farmen schon wieder exorbitant viele Menschen. Oh, ich habe kein Getreide. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ja, sorry. Ich muss wahrscheinlich hier bei der Brauerei auf... ...auf Obst umsteigen. Ich habe keine Ration mehr. Wo ist denn der Rations-Boy hier? Okay, der dürfte aber eigentlich nicht einsammeln. Alter, ich produziere 209. Was wäre denn Rationen im Rauch? Und 178... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, das passt. Kantine? Was war das andere? Kantine? Geil, dass ich beiden Kantinen genau nebeneinander gebaut habe. Wie heißt denn das andere? Hier, Essensausgabe. Hat hier irgendjemand Rationen drin? Nee. Wieso werden denn die Dinger konsumiert? Die Rationen? Das gefällt mir gar nicht. Ja gut, ihr dürftet gar nichts produzieren. Gib mal. Okay, der Unterschied ist natürlich auch heftig. Ich habe letztes Jahr fast gar nichts eingenommen. Ja, und jetzt mache ich schon eine 6, 7. Okay, vielleicht gehen wir doch weiter auf Getreide beim Bier. So, und jetzt mache ich auch wieder massive Gewinne, was das Essen betrifft. Das muss jetzt halt erstmal alles wieder eingesammelt werden. Ja, guck mal hier. Ja, okay. Extreme Temperature. Jetzt ist es mir egal, weil jetzt wurde alles geerntet. Ja, ja. Also das sollte jetzt erstmal wieder okay sein. Ich denke, das passt. So, ach, sehr gut. Jetzt kommen hier auch wieder neue Menschen dazu. Perfekt. So, jetzt produzieren nämlich auch durchgehend meine Bäckereien wieder. Jetzt sollte eigentlich auch... Der Kollege hier mal ein bisschen mehr... Hier arbeiten viele Leute. Die Brauerei muss viel, viel größer sein. Ich warme mal kurz ein bisschen. Wir haben gerade echt viele Bauaufträge. Allein das Ding hier verschlingt halt schon fast alles an Holz. Und an Töpferwaren und an Metall. Das Ding wird hier auch nicht besser. Weil wir sehr viel Metall haben. Äh, ja. Das freut mich. Das G freut mich. So, normale Steine fehlen noch ein bisschen. Obdachlosenzahlen sind super. Das müsste immer noch nach oben gehen, ne? Ja, der weiß schon mal. Alles klar. Aber hier liegt nur so viel Essen auf den... Auf den Feldern. Die müssen echt eingesammelt werden. Ach, liegt mal das sogar voll. Ich meine, wir haben ja genug Kisten über, ne? Können wir nochmal ganz entspannt hier ein bisschen weiterholen. So, kommen wir... Jawohl, wir kommen wieder auf eine 100. Ach, okay. Also, das war wirklich nur das Problem mit der Dirre. Boah, da muss man ja echt aufpassen. Wenn man da mal irgendwie so zwei, drei schlechte Jahre hat, dann geht's aber Rapido-Bergabo. Wahnsinn. 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 Vielen Dank.